Es ist ja nicht so schlimm, wie man meinen könnte. Er behandelt mich wirklich sehr zuvorkommend, gar nicht so, wie die meisten Männer mit ihren Frauen umgehen. Am Anfang fürchtete ich mich schon vor ihm. Schließlich hat fast jeder Angst vor Schlangen. Aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. Wenn er Mensch ist, mag ich bei ihm besonders die Haut. Sie ist so weich, und es erregt mich, wenn sie meine berührt. Und selbst jetzt spüre ich ein Kribbeln. Und er hat eine so geschickte Zunge, mir wird ganz anders dabei. Nicht so weich sind seine Haare. Sie fühlen sich irgendwie an wie Schlangenschuppen. Das Einzige, was mir an seinem Schlangenteil gefällt, sind die Augen. Sie blicken so sanft, aber doch fest. Er schaut mich ständig an. Und manchmal möchte ich am liebsten gleich ins Bett mit ihm. Aber das könnte natürlich gefährlich sein, und deswegen lasse ich es lieber sein. Was mich an ihm nervt, ist dieses ständige Zischen, das er Schlangenpfeifen nennt. Ganz unerträglich wird es gegen Mitternacht, bevor er die Schlangenhaut abstreift und ein Mensch wird. Den Tag über, wenn ich im Salon arbeite, ist er zu Hause. Er behauptet, außer Warten nichts zu tun. Naja, wer weiß. Jedenfalls fange ich an, ein bisschen eifersüchtig zu werden. Woher weiß ich denn, dass er in der Zeit, in der ich arbeite, sich nicht mit einer anderen Schlange rumtreibt? Die Zimmertür ist abgeschlossen. Aber für eine Schlange ist es ja ziemlich leicht, ein Loch zu finden und aus dem Zimmer rauszuschlüpfen. Ich mache mir wirklich Sorgen. Vielleicht ändert er sich ja und fängt an, mich zu betrügen. Männer sind treulos und Schlangen erst recht. Einmal schlug er mir vor, ein Kind zu machen. Das war ehrlich gesagt ein ziemlicher Schock. Mein erster Gedanke war, dass ich womöglich eine Schlange auf die Welt bringen würde. Ich überlegte, ich überlegte, wie man wohl einen Schlangensäugling an die Brust legt. Aber nein, sagte ich zu ihm, es ist noch zu früh, vielleicht später. Ich hasse es, wenn er morgens kurz vor Sonnenaufgang aus meinem Bett schlüpft und in seine Haut steigt. Er ist so vorsichtig dabei, dass ich meistens gar nicht aufwache. Aber wenn ich aufwache, fühle ich mich furchtbar. So einsam. Mir ist, als hätte ich nur geträumt, was in der Nacht zuvor war. Ich hasse seine Haut und möchte sie am liebsten zerreißen. Es ist für eine Frau schwer zu ertragen, allein zu erwachen, ohne den Körper des Wannes neben sich zu spüren, ohne den Duft seiner Haut zu riechen.